Das war so ein heftiger Schlag, da haben die Fensterscheiben geklirrt und boah. Der Lothar ist mit 186 Stundenkilometer über Friesenheimen weggefegt. Wald, der in der Nacht vorher noch gestanden hat. Flach als Blatt. Der Lothar werde ich nie vergessen. Ich hatte damals Dienst, das war sehr aufregend. Also das war der längste und aufregendste Fernsehproduktionstag, glaube ich, meines Lebens. Wetterkatastrophen der letzten Jahrzehnte. Innerhalb von einer Viertelstunde. Alles kaputt. Alles kaputt geschlagen. Das war grausam, das war wie eine Bombe. Das war wie eine Bombe eingeschlagen. Wie haben die Menschen im Südwesten sie erlebt? Wir gehen zu Recht mit Gas rein. Vorher rein. Tsunami-Fälle und so kennt man nur aus dem Fernsehen. Aber auf einmal steht man wirklich selber drin in dem Film. Helfet ihr versautet und ihr versautet. Wir wussten eigentlich gar nicht so richtig, ob wir anfangen müssen. Das Killertal. Ein Name, der um die Welt ging. Schauplatz einer Katastrophe. Anfang Juni 2008 hat Frank Speidl hier in der Junginger Feuerwache sein erstes Kommando. Noch ahnt er nichts Böses, als ein Anrufer um Hilfe bittet. Ein Keller voller Wasser. Routine, so scheint es. Frank Speidl ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Jungingen. Mit seinen Kameraden ist er am 2. Juni 2008 durch die Hölle gegangen. Sie alle sind damals bei dem Einsatz dabei. Mit uns fahren sie nochmal an die damaligen Einsatzorte. Heute bei sonnigem Wetter. Damals regnete es in Strömen. Seit Tagen. Trotzdem, in Jungingen sind sie auf Routine eingestellt. Keller auspumpen. Nichts Ungewöhnliches. Oft geübt. Keiner von ihnen ahnt, dass sie schon bald vor dem schwierigsten Einsatz ihres Lebens stehen werden. Wir hatten starke Regenfälle. Wurden alarmiert zum Hochwassereinsatz in der Hochmeisterstraße draussen. Und als wir hier den Bahnübergang überquerten, haben wir schon gesehen, dass es eine größere Sache gibt, weil der komplette Bahnübergang nicht mehr zu sehen war. Und dann plötzlich nur noch Wassermassen. Eine Sturzflut wälzt sich durchs Killertal. Es hat nicht nur ein, zwei, drei Gewitter gegeben, sondern einen sogenannten Mesoscale Convective Cluster, wie wir Meteorologen sagen. Das ist schlicht und einfach ganz viele Gewitter in einem. Wenn man dann nach Hechingen guckt, wo wir eine Station auch haben, die die Daten liefert, dann waren in zwei Stunden hier schon 75 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter gefallen. Das ist die normale Summe, die zum Beispiel Stuttgart im ganzen Juni erhält. Das heißt, es ist eine unglaubliche Regenlänge. Und wenn man dann die Radardaten noch auswertet, sieht man, dass es lokal wohl noch wesentlich mehr gewesen sein muss. Also im Killertal dann in diesem Zeitraum 150 bis möglicherweise 200 Liter Regenwasser auf jeden Quadratmeter. Und dann geht's irgendwann los. In der Ortsmitte von Jungingen erwartet sie nur noch eines. Land unter. Szenen, die sie bis heute nicht vergessen haben. Und da vorne ist ja noch der Bach rausgekommen. Und die Stahl hat alles rausgedrückt. Der ganze Schlamm und das Zeug. Ja, und von dahinter ist auch wieder. Da ist das Bussegel noch gestanden. Bis zu dieser Stelle schaffen sie es am 2. Juni. Danach gibt es kein Weiterkommen mehr. Das blanke Chaos. Hilflose Helfer. Da haben wir auch da runter ins Unterdorf runtergeschaut. Da haben wir da unten schon die Leute stehen sehen, wo wirklich Panik im Angesicht gehabt haben. Und haben auf die Hilfe von der Feuerwehrleute gewartet. Aber wir waren ja auch in dem Augenblick so überfordert, dass wir eigentlich gar nicht reagieren können. So Tsunami-Fälle und so könnte man nur aus dem Fernsehen. Aber auf einmal steht man wirklich selber drin in dem Film. Und das war wahnsinnig erschreckend. Wir wussten zuerst gar nicht, wo wir anfangen sollen, wo hinten und vorne ist. Da ist überhaupt gar nichts mehr gegangen. Da drüber war es blanke Chaos. Der Mann hat vor einer Woche erst sein Haus gerichtet gehabt. Mit dem ganzen Hof, neue Pflaster, alles komplett weg. Der ist da gestanden und bald geweint. Also es war wirklich dramatisch. 1,50 Meter ca. haben wir hier einen reißenden Fluss gehabt. Und da an der Ampel, da ist ein Bartlastwagen stehen geblieben, ein LKW. Und darunter verkeilt ein Personenwagen. Und dort waren noch Leute drinnen. Wir haben uns da hinten abgesagt mit einer Halteleine und haben versucht, die Personen vorzumdringen. Das ist unter schwersten Bedingungen, gerade wegen dem ganzen Treibholz, weil wir Angst gehabt hatten. Die Baumstimme nehmen dann die Füße weg. Also es war richtig schwer. Das war der pure Wahnsinn. Dieser Unimog hat am 2. Juni mit seiner Besatzung 19 Menschen das Leben gerettet. Denn das Fahrzeug ist so gebaut, dass es sich durch diese Fluten kämpfen kann. Klaus Ritter und seine zwei Mitarbeiter kreuzen durch das Dorf und befreien verzweifelte Menschen aus Lebensgefahr. Wir haben überall oben aus der Häuser, haben die Leute rausgeguckt und haben geschrien, helfen, dir versaufen und dir versaufen. Und wir wussten eigentlich gar nicht so richtig, ob wir anfangen müssen. Da ist der Parkplatz vor der Apotheke, da hat ein älteres Ehepaar angeschwemmt. Das ist an der Hauswand gewesen mit dem Auto. Und dann sind wir zu den Leuten angekommen. Die haben natürlich schon gewartet, bis wir jetzt kommen und das Fenster haben sie runtergedreht, nachdem wir gekommen sind. Und die Frau hat als erstes ihre Handtäschle rausgestreckt. Hat gesagt, das muss als erstes mit. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt einreden, das Handtäschle. Und wir haben sie noch rausgezogen, die zwei. Und die Frau hat noch zu uns so gesagt, ja, ist das bei euch öfter so? Und dann haben wir gesagt, nein, Gott sei Dank, ja, ja. Sven Plöger, Wetterexperte und bekannter Wettermoderator. Haben die Unwetter zugenommen? Was wir klar feststellen können, ist, dass sich gefühlte Veränderungen zutragen. Viele Menschen sagen, ach, da ist ja immer Unruhe, Schauer, Gewitter, Hagel, Sturm, Tornados. Wenn man es dann wirklich auswertet, die Daten, stellt man fest, wenn man sich mindestens 30 Jahre anguckt, das ist der Klimazeitraum, dann sagt man, die heißen Tage haben zugenommen. Dann stellt man auch fest, die Winterniederschläge haben zugenommen. Aber nicht alle Unwetter haben bisher zugenommen. Und man muss auch bedenken, wir leben hier in Mitteleuropa. Das heißt, zu unserem Wetter gehören sie einfach immer wieder dazu, auch die schweren Unwetter. Eigentlich eine sehr schöne Lage. Windgeschützt in einem Seitental des Donnersberges, dem höchsten Gipfel der Pfalz. Aber genau das ist dem Dörfchen Waldgreeweiler zum Verhängnis geworden. Guck mal, du warst! Ach, du Scheiße! Das steigt und steigt, die ganze Mauer, die drüben ist weg. Aber man kann's froh, wenn so nichts passiert. Und jetzt weg ist, wenn so viel Mensch was passiert. Das steigt jetzt alles. Oh, im Keller ist er, im Keller ist er nicht. Danke, du gehst schon nicht mehr hin. Nee, dir? Ja, mir, ja. Sandra Urbanczyk wohnt in der Dorfmitte. Dort, wo die Sintflut am schlimmsten ist. Es ist der 20. September 2014. Kerwe-Samstag. Es hat ganz furchtbar viel geregnet an dem Tag. Lange und stark geregnet. Und dann hat schon wieder die Sonne gescheint. Und das Wasser stieg an und stieg dann bis hierher. Fast alle Menschen in Waldgräweiler sind daheim. In einer halben Stunde soll die Kirmes beginnen. Aber dann rauschen fast 3 Mio. Kubikmeter Wasser durch das Dorf, wie Experten später berechnen. Sandra Urbanczyk ahnt in den ersten Minuten noch nicht, was da auf sie zukommt. Hier im Hof, es war alles weg. Gartenmöbel, Fahrräder, Bank, Pflanzen, es war alles weg. Es ist alles weggeschwommen. Das ist noch lange nicht alles. In den höher gelegenen Dörfern sind in kurzer Zeit 200 Liter Regen gefallen. Auf jeden Quadratmeter. Der reißende Strom auf der Hauptstraße wird plötzlich fast 2 m hoch. Ich hatte Rieseangst. Meine Kinder waren ganz aufgeregt und hatte auch Angst. Ich wusste auch nicht, was passiert als Nächstes. Ich konnte diese Situation gar nicht einschätzen. Wie geht es jetzt weiter? Helfer haben keine Möglichkeit, an die Häuser zu gelangen. Die starke Strömung würde sie mitreißen. Ich würde sagen, wir halten da nicht fest. Sandra Urbanczyk flüchtet mit ihren beiden Kindern ins Obergeschoss. Fühlt sich genauso hilflos wie viele andere Dorfbewohner auch. Mein Mann war unterwegs im Dorf. Der wollte gucken, ob er irgendwo helfen kann. Er kam dann aber durch diese Wassermassen, konnte er nicht mehr nach Hause kommen. Sind es nur ein paar Minuten oder doch eine halbe Stunde? Die Fluten unterspülen das Haus der Urbanczyks. Das 1890 gebaute Gebäude ist nur zum Teil unterkellert, wird deshalb instabil. Das Haus hat Geräusche gemacht. Ich habe gehört, wie die Fliesen kaputt gehen, wie die Sockelfliesen im Flur abfallen, wie die Treppe sich bewegt. Das habe ich gehört. Mehrere Dörfer am Donnersberg sind betroffen. Der Schaden geht in die Millionen. Viele Familien sind obdachlos geworden. Unfassbar, dass der kleine Moschelbach ein solches Desaster angerichtet hat. Sandra Urbanczyks Haus hat schwere Schäden davon getragen. Sie darf es erst wieder betreten, nachdem ein Statiker es freigegeben hat. Das Zentrum des Hauses hat sich gesenkt. Treppen, Wände, Böden, alles aus den Fugen. Die Familie beschließt, trotzdem zu bleiben. Entkernt das Haus, baut es von innen wieder völlig neu auf. Die Sintflut am Donnersberg löst eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Popstar Mark Forster, in einem Nachbarort groß geworden, schiebt ein Benefizkonzert in seine Deutschland-Tournee ein. Auch die Fußballprofis vom 1. FC Kaiserslautern helfen. Insgesamt kommen fast 1 Mio. Euro zusammen. Sie gehen an jene Familien, die es am schlimmsten getroffen hat. Das war so bei der Anteilnahme, die Hilfsbereitschaft, auch die Spendebereitschaft von außen her, das war überwältigend für uns. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so große Hilfsbereitschaft zu uns rüberkommt. Es war sagenhaft. Die Flut in Waldgräweiler hat einen Schaden von rund 10 Mio. Euro angerichtet. Obwohl einige Menschen minutenlang um ihr Leben fürchten müssen, am Ende bleibt Sachschaden. Schlimm genug. Da hatten wir alle Schutzengel auf unserer Seite. Dass da nichts passiert ist, nichts Schlimmeres, wenn man sich so anhört, was die einzelnen Personen hier im Dorf erzählen, in welchen Situationen, die sich befunden haben. Das war schon ein Wunder, dass da nicht mehr passiert ist. Wenn andere bei extrem heißem Wetter im Freibad liegen, geht er auf Jagd. Benjamin Wolf. Ein Sturmjäger, der in drohende Unwetter hineinfährt, um sie zu fotografieren. Was treibt ihn an? Das ist eine Leidenschaft, das ist die Faszination für diese Urgewalten, die am Himmel sich auftürmen können. Und auch die Ästhetik, die man vorfinden kann am Himmel. Das ist, ich finde es unbeschreiblich. Benjamin Wolf hat Chemie studiert an der Uni Tübingen, wo er als Assistent arbeitet und trotzdem immer wieder Zeit findet für seine Leidenschaft. So auch an einem drückend heißen Sommertag 2013. Also an Tagen wie damals, am 28. Juli, bei dementsprechenden Wetterlagen, fährt man natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung los, dass man unter Umständen spektakuläre Sachen zu sehen bekommt. Das ist allerdings, was derart Spektakuläres wird, dass diese Wolkenformationen, die man da zu sehen bekommt, diese Lichtstimmung, dieses grünliche Leuchten dieser Wolke und dieser Aufzug mit so einer Gewalt verbunden ist, einer optischen Gewalt auch, das ist natürlich großartig. Er weiß, dass es den Reutlinger Raum treffen wird. Aber um den besten Standort zu finden, braucht er viel Wissen und auch Glück. Er kann nur hoffen, dass er richtig kalkuliert hat und zu seinen Bildern kommt. Am 28. Juli 2013 postiert er sich hier mit einem Freund am Albrand. Wir spekulierten darauf, dass sie über Reutlingen, über Metzingen, wer über die Tech im Hintergrund hier nach Eichelberg kommt, haben uns hier postiert. Als wir hier angekommen sind, sah das Gewitter noch nicht so spektakulär aus. Man hat erst mal diesen wahnsinnigen Eisschirm gesehen. Die Dimensionen waren schon beträchtlich. Größerer Hagelfeld im Normalfall in so einem Korridor von 500 Meter, manchmal einen Kilometer. Und das, was man da gesehen hat, hat darauf hingedeutet, dass da ein Großhagel in einem Korridor von 10 Kilometer Breite fällt. Und dieses grün-schwarze Monster, wie das hier hergezogen ist und sich der ganze Himmel verdunkelt hat, das wird einem dann erst klar, wenn man wirklich unter dieser Wolkenwand steht. Diese grünlich schimmernden, tiefhängenden Wolken, die dann anrauschen. Ein Hagelsturm, der mehr als 3,6 Milliarden Euro Schaden anrichtet. Das war eine sehr interessante Wetterlage. Wir haben einen Trog über Westeuropa gehabt. Das ist praktisch ein Tief mit höhenkalter und überhaupt kalter Luft angeführt. Aber auf der Vorderseite kam sehr schwüle und heiße Luft reingezogen in Richtung Baden-Württemberg. Die Temperaturen gingen teilweise rauf bis 38 Grad. Und an dem Tag selber, an diesem 28. Juli, war dann eine Konvergenz verantwortlich. Konvergenz heißt, Luft strömt zusammen, kann sich ja nicht ausweichen, nach unten geht es nicht, da ist der Boden, also wird sie nach oben geschoben. Das Ganze war 13 Stunden lang als Struktur auf den Radaraufnahmen zu sehen. Also ein unglaublich deftiges, intensives Gewitter. Also als das Gewitter quasi über uns war, die Blitzeinschläge schon in die unangenehme Reichweite kamen, haben wir das Auto in den Wind gedreht. Es ging dann kurze Zeit später auch los. Die ersten Riesenkörner sind eingeschlagen. Es hat Riesenschläge getan auf dem Auto, wie wenn jemand einen Baseballschläger draufhaut. Die Hakenkörner sind zerplatzt auf dem Boden und es sind aufgeprallt und noch mal ein ganzes Stück in die Höhe gesprungen. Und es war wirklich beängstigend. Die furchtbarste Hagelkatastrophe, die Baden-Württemberg je erlebt hat. Woher kommt es, dass es zu diesem großen Hagel kommt? Man muss sich das so vorstellen, in einem Gewitter ist unglaublich viel Vertikalbewegung. Die Luft wird draufgeschleudert. Erstmal hat es Tropfen. Dann bilden sich, weil in der oberen Schicht der Wolke natürlich unterkühltes Wasser, Schrägstrich später gefrorenes Wasser, also Eis unterwegs ist, bilden sich Eiskristalle. Und die werden dann langsam größer, fallen irgendwann wegen ihres Gewichtes runter. Dann gibt es möglicherweise den nächsten kräftigen Aufwind. Der schleudert das Ganze wieder hoch und wieder runter und wieder hoch. Im Grunde so ein bisschen wie in einer Popcorn-Maschine. Da ist auch ein wildes Durcheinander. Und irgendwann mal ist das Korn dann so groß. Das größte Hagelkorn wurde in Baden-Württemberg gefunden, in Deutschland. Ist gemessen worden mit 14,7 Zentimetern Durchmesser und irgendwo um die 400 Gramm schwer. Ein bisschen leichter, ein bisschen schwerer. Da kann man sich vorstellen, wenn so etwas vom Himmel fällt. In Feldens konnte sich das keiner vorstellen. Bis zum 25. August 2011. Innerhalb von einer Viertelstunde alles kaputtgeschlagen ist, was man aufgebaut hat. Aufgebaut hatten alles. Das Dörfchen Feldens an der Mittelmosel ist für seine schönen Schieferdächer schon lange bekannt. Aber eines fällt auf. Die Dächer sind alle neu. Auch Maria und Toni Bäris haben ein neues Dach auf ihrer Pension. Ich war bei Bügen. Und da kam der Radio, auf Rheinland-Pfalz kommt ein Unwetter zu. Da kam eine ganz schwarze Wolke. Und eine weiße Wolke schob sich davor. Und dann kam der Hagel und Sturm. Wahnsinn. Wahnsinn. Und du bist ja dann aufgelaufen. Ja, ich war ja nach unten, da habe ich gesagt, jetzt gehe ich mal gucken, ob oben die Fenster und alle zu sind. Da kam ich auf den 1. Stock, da kommt man schon von der Terrasse, die Glasscheibe entgehen. Da war die schon kaputtgeschlagen worden. Und da bin ich runter, da habe ich zu meiner Frau gesagt, weiße, was die Welt geht unter. Es sind keine Hagelkörner, es sind richtige Eisbrocken, die auf das kleine Weindorf niedergehen. Die Einschläge sind furchterregend. Wie im Krieg. Ja. Wie im Krieg. Als wenn da die Tieflieger kamen, ne? Und haben dann geschossen. Ja, und dann die ganzen Kunststiftdinger, das hat ja geknallt. Das hat geknallt. Das war furchtbar. Also es war ganz, ganz schlimm. Kein einziges Haus in Feldentz bleibt verschont. Mehr als 300 Dächer sind in ein paar Minuten kaputt. Die kleine Pension von Familie Beres ist schwer beschädigt. Ein Eisbrocken durchschlägt sogar Sicherheitsglas. Dann habe ich das gesehen, wo hier, hier in das Toilettenfenster, Doppelverglasung, der schwere Hagel rein ist. Ja, ich habe es nur in der Hand gehabt, so. So, und dann hat der hier so noch drüber gestanden. Schade, dass ich ihn nicht eingefroren habe. Ja, das... Wirklich. Also, es ärgere mich heute, dass ich ihn nicht eingefroren habe. Aber was sonst. Der Hagel hat jetzt alles kaputt geschlagen. Dann kam 25 Liter Regen. Der ist in das Haus gegangen. War ja alles kaputt. Meine Frau und ich haben geschäppt, geschäppt, geschäppt in die Toilette dann immer rein. Und das war 4 Uhr nachts. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Lass es kommen, wie es geht. Das Wasser läuft das ganze Haus. Der Hagel hat auch die Dämmung des Daches zerstört. Die Ferienwohnungen im Obergeschoss müssen komplett renoviert werden. Sachschaden 125.000 Euro. Wenn ich heute noch eine dunkle Wolke sehe, dann kommt es mir so richtig hoch. Also, dann habe ich so richtig... Also, innerlich. Das zittert. Das ist in einem drin. Das kann man nicht vergessen. Geht doch nicht mehr raus. Mehr als 300 kaputte Schieferdächer. Die Dachdecker aus der Mosel-Region konzentrieren ihre Arbeit nur auf das Örtchen Feldens. Und trotzdem dauert es Monate, bis alle Schäden beseitigt sind. Eine harte Zeit für Maria und Toni Berres. Aber wir haben es geschafft. Jawohl. Was wir uns vorhin haben, bis jetzt haben wir noch immer geschafft. Ja, haben wir geschafft, ja. Johannes Ganter hat mit seinen Tieren die zerstörerische Gewalt eines typischen Schwarzwald-Hitzegewitters miterlebt. Also, das ist jetzt die Herde. Das sind 20 Tiere. Und diese Tiere bekommen bis in acht Wochen etwa Nachwuchs. Und so war das damals, vor sechs Jahren auch. Wir waren in der Umstellung begriffen und hatten die ganze Hoffnung auf die junge Herde gelegt, die dann 2009 im Herbst erstmalig Schwarzwälder Biomilch liefern sollte. Und da waren wir ganz stolz drauf. Ja, und dann kam alles anders. Johannes Ganter mit seiner Frau Hannelore vom Hinterzartner Weberhof. Biobauern mit Leib und Seele. Am 29. Juni 2009 ist Hinterzarten Zentrum eines Hitzegewitters. Also, es war am Montagmittag, so um zwei rum, wir hatten noch eine Besprechung. Und in dem Moment ist ein schweres Gewitter über den Hof hinweggezogen. Es war so dämpfig, es war schwül. Es war so richtig, wie wenn man die Luft schneiden wollte. Das ist, vor allem gab es einen Knall, das war ein Blitz, ein Knall. Und dann ob gleich, wenn man, jetzt hat es irgendwo eingeschlagen. Blitz und Donner in einem. Und dann, zweieinhalb Stunden später, kam die Erkenntnis, aber ganz bitter. Na ja, also als der Nachbarjunge kommt und sagt, da oben liegen tote Tiere. Wir konnten es erst gar nicht begreifen. Erstens mal, du warst noch den Tag vorher bei den Tieren, alles war friedlich, alles war okay. Und dann kommst du hierher und musst zuschauen, wie alle auf der Platte liegen. Auf der Stelle, der Assistenten im Moment in sich zusammengebrochen und sofort tot. Das kann nicht sein, das kann nicht. Die müssten doch wieder kommen. Also, es hätte schon ein ganz großes Stück auch gefehlt im Bestand. Es war nichts mehr Homogenes. Es war so, wie... Der stört. Ja. Wenn es donnert und die starke Blitze... Es scheint heute ganz anders. Ja. Ich bin, was den Blitz oder Gewitter anbelangt, eigentlich relativ cool gewesen, wenn man sagen soll. Aber nicht mehr, seither nicht mehr. Und ich krieg schon ein bisschen Angst und wo sind jetzt die Tiere und wo befinden sie sich jetzt gerade, wenn ein Gewitter aufzieht. Lange erforschen sie die Ursachen. Drei Bäume und in der mittlere hat der Blitz eingeschlagen. Und dadurch, dass die Bäume von klein an miteinander groß gewachsen sind, groß geworden sind, ist das ein in sich zusammenhängende Wurzelteller und durch und durch den enormen Stromschlag über diesen Baum in die Erde und auf dem Wurzelteller standen unter den Bäumen im Schutz vor dem Regen die ranghöchsten Tiere sind alle, die auf dem Wurzelteller direkt standen, in unmittelbarer Nähe getötet worden. Mein Mann, der war wie erstatt, er konnte es gar nicht vor sich... Ich war im Moment nicht mehr in der Lage, was zu tun, anzupacken oder so. Was zuerst? Ich habe dann später jemanden gefragt, der hat mir dann geholfen, die Tiere wegzutransportieren, weil ich selber alleine wäre einfach im Moment nicht in der Lage gewesen. So hätte mich das halt berührt. Wir sind jetzt seit sechs Generationen hier auf dem Hof. Seit 1834, also fast 200 Jahre, ist nichts überliefert, dass jemals so einen schweren Blitzschlag erst die Hälfte von der Herde tötet. Das ist noch nie vorgekommen, in 200 Jahren nicht. Daria, Hertha, Judith, Nana, Ottilie, Polly, Vivian und Wiebke. Acht Namen von acht Orkanen, die Anfang 1990 in West- und Mitteleuropa Milliardenschäden verursachen. In Deutschland ist der Sohnwald am schlimmsten betroffen. Schon Vivian richtet großen Schaden an. Wiebke zwei Tage später, in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März macht den Hunsrückwald fast völlig platt. Diese drei Männer haben jene Nacht im Zentrum des Orkans miterlebt. Mit ihren Frauen und Kindern in abgelegenen Forsthäusern. Martin Stadtfeld, Förster. Dieter Piroth, Förster. Wiebke hat von ihrem Wald nicht viel stehen lassen. Fast alle Fichten Monokulturen des Sohnwaldes in einer Nacht zerstört. Wir hatten damals eine achtjährige Tochter, die wurde wach vor dem Sturm und hat Angst. Die hat geweint. Und dann sind wir mit dem Mädchen im Zimmer gesessen, haben sie dann in den Arm geholt und draußen hat man gehört es krachen, Stürme. Und irgendwann hat es sich dann gelegt. Und ganz schlimm war es dann morgens, als es hell wurde, haben wir Rollladen hochgemacht. Die Kleine hat zum Fenster rausgeguckt mit Tränen und Auge, Papa, der Wald ist weg. Da konnte man vom Forsthaus hinten rausgucken, einen Kilometer weit über Wald, der in der Nacht vorher noch gestanden hat. Flach als Blatt. Und wir hatten gerade den kleinen Sohn, den Michael, mit drei Monaten, man muss wissen, er war ein Frühchen zu Hause am Herzüberwachungsgerät und der Strom fiel aus. Ich hatte die Angst, einmal, dass das Gerät, wenn ich mal einschlafe, nicht warnen kann, weil es keinen Strom hat. Und ich habe gedacht, wenn jetzt wirklich was ist und ich würde das feststellen, ich käme mit dem Auto nicht mal bis in die Klinik nach Bad Kreuznach. Eine Million Kubikmeter Holz am Boden. 20 Mal mehr, als hier in einem Jahr geschlagen wird. Ein Ausmaß an Zerstörung, das erst gar nicht richtig erkannt wird. Also, dass das ein gewaltiger Sturm war, mit größtem Ausmaße, war zu erahnen. Aber das hat sich erst in den nächsten Tagen gezeigt. Wir kamen ja aus den Häusern eigentlich gar nicht raus. Wir hatten ja einen Aktionsradius, der war mehrere hundert Meter. Und dann waren die Straßen zu, die Wege waren zu. Und erst am nächsten Tag haben sich ja die Forstwirte mal so langsam an die Straßen gemacht zu räumen. Und des eigentlichen Überblick habe ich erst gekriegt, zwei, drei Tage später mit dem Rundflug, mit dem Hubschrauber. Und ein Waldbegang, wie üblich bei Katastrophen, war überhaupt nicht möglich. Denn man war ja in einem Verhau, der überall gleichmäßig aussah. Und das war äußerst gefährlich, da war sonst möglicherweise überhaupt nicht mehr rauszukommen. Die Arbeit von mehreren Förstergenerationen in einer Nacht kaputt gegangen. Als ich das erste Mal wirklich den Schaden festgestellt habe und erfasst habe, da hatte ich ein ganz merkwürdiges Gefühl. So ein Gefühl, wie wenn ich einen guten Freund verloren hätte. Und das ging mir sehr nahe. Die Eremitage Maria Reizenborn, eine ehemalige Einsiedelei, an einem Pilgerweg. Und hier passiert in jener Nacht ein kleines Wunder. Die umstürzenden Fichten schlagen alles kurz und klein. Nur dieses Kreuz nicht. Überall im Sohnwald beginnen die Aufräumarbeiten. Zunächst werden Straßen und Wege freigesägt. Ein gefährlicher Job. Die Stämme stehen unter Spannung. Nie zuvor waren in Deutschland so viele Waldarbeiter auf so engem Raum im Einsatz. Dann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir Bagger, jetzt brauchen wir Harvester, jetzt brauchen wir das, jetzt brauchen wir das. Das wurde dann auch angemietet, so schnell wie es ging. Und die waren damals noch nicht selbstverständlich, die Maschinen. Das war die Ausnahme. Wir sind nach Skandinavien. Wie viele Skandinavier kamen? Norweger, Schweden. Die waren ja wesentlich weiter in der Forstechnik als wir. Die haben wir dann auch hier ins Land geholt. Und wenige Tage oder Wochen später ging es dann richtig professionell los. Da wurden ja Holzmengen bewegt. Kann man sich heute das können wir vorstellen. Aber es musste auch professionell aufgearbeitet werden. Das Holz durfte nicht einfach zerstückelt werden. Dann ist es ja wertlos. Helmut Haag sitzt mit seiner Familie zu diesem Zeitpunkt noch immer im Forsthaus Entenfuhlfest. Kein Forsthaus in Deutschland ist weiter von einer Siedlung entfernt als dieses, sagt er. Mehrere Tage muss er mit Frau und Kindern ausharren, weil alle Zufahrtswege versperrt sind. Bis ein Hubschrauber Rettung bringt. Alle modernen Errungenschaften, muss ich schon sagen, Telefon, Heizung, alles, was hier so schön war, war dahin, denn es fehlte zunächst mal der Strom. Und das Einzige, was wir hatten und nicht kaputt war, das war ein Autofunk. Funkwelleforst nannte sich das. Und mit dieser Funkwelleforst habe ich versucht, einen Hubschrauber zu bekommen, der mir ein Aggregat einfliegt, damit ich wenigstens Strom habe. Vier Tage dauert es, bis die Straße zum Forsthaus Entenfuhl freigesägt ist. Den Sohnwald, so wie er über Jahrzehnte gewachsen ist, den gibt es nicht mehr. Tiefdruck über dem Schwarzwald. Ein Tief, das Geschichte schreibt, trägt einen Männernamen. Lothar. Lothar wird Wiebke deutlich übertreffen. Am zweiten Weihnachtstag 1999 geht es plötzlich los. Lothar werde ich nie vergessen. Ich hatte damals Dienst, das war sehr aufregend, also das war der längste und aufregendste Fernsehproduktionstag, glaube ich, meines Lebens. Und Lothar hat sich rasend schnell entwickelt. Ich selber habe so eine Geschwindigkeit eines Druckabfalls überhaupt in meiner ganzen meteorologischen Zeit noch nie gesehen, noch nie erlebt. Über Frankreich teilweise bis 27 Hektopascal in drei Stunden. Wenn man damit nicht so richtig was anfangen kann, schon bei vier, fünf, sechs, sieben, so in dieser Größenordnung, weiß man, da kommt ein Sturm. Also das ist ein Vielfaches dessen gewesen und dann ist eben dieses Sturmfeld rübergesaust über Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Karlsruhe 150, ich selber habe eine Böe mit 179 erlebt. Das ist schon sehr, sehr schnell der Wind. Also ab 118 beginnt Orkan, beginnt Windstärke 12, nur mal die Größenordnung, das ist mal schon weit, weit drüber gewesen. 212 auf dem Feldberg im Schwarzwald, Hohentwil, 272 Kilometer pro Stunde. Da bleibt nichts mehr stehen. Lothars Spuren sind noch immer vorhanden. In der Natur, wie hier im Gemeindewald von Friesenheim in der Ortenau. Und auch in den Seelen der Menschen. Wenn ich eine Sturmwahlung gelesen habe, bin ich wach. Sobald der Rohrladen klappert oder irgendwas sich draussen bewegt, ist die Nacht für mich zu Ende. Gemeindeförster im Friesenheimer Wald ist Christian Juhnele. Juhnele hat schon Wiebke miterlebt und einen noch schlimmeren Orkan konnte er sich nicht vorstellen. Am 26.12.1999 befand ich mich mit meiner Familie im Schwimmbad in Lahr. Und da fingen dann schon an, die Bäume draußen zu fallen. Ich habe dann zu meinem Schwiegervater gesagt, komm, lass uns heimgehen. Mir ist es gar nicht wohl. Und auf dem Weg nach Hause, auf der B3, sagt mein Schwiegervater zu mir, Mensch Christian, schau mal rechts hoch. Ich glaube, du hast ein Problem. Da ist nicht mehr viel von deinem Wald übrig. Ich habe mich dann so nach rechts gedreht, schau hoch, und denke, mich trifft der Schlag. Die ganze Höhe rücke war entwaltet. Alles weg. Der Lothar ist mit 186 Stundenkilometer über Friesenheim hinweggefegt und hat ein Bild des Grauens, eine Zerstörung hinterlassen. Ich war völlig schockiert. Dann kamen schlaflose Nächte. Wie kriege ich das? Wie kriegen wir das alles bewältigt? Wie schaffen wir das, aus diesem zerstörten Wald wieder Ordnung zu schaffen, wieder aufzuforsten? Wie geht es weiter? Wir waren alle so schockiert und waren erst mal arbeitsunfähig für ein paar Stunden, aber dann holt einem natürlich die Realität ein. Man muss funktionieren. Es muss weitergehen. Die Schwierigkeit bestand auch darin, geeignete Mitarbeiter zu bekommen im Wald, die ausgebildet sind, Profis, eben Forstwirte, die mit solchen Sturmwürfen auch umgehen können, ohne dass es Verletzte oder gar Tote gibt. Es war zum Teil sehr gefährlich. Es war lebensgefährlich. Nachdem das Schadensausmaß bekannt war, war mir klar, dass wir ziemlich viele Bäume brauchen, um den Wald wieder aufzuforsten. Und da war mir auch klar, dass bei dem Schadensausmaß in Baden-Württemberg und in ganz Europa Pflanzen knapp werden. Deswegen habe ich schon eine Woche nach Lothar an die 100.000 Pflanzen bestellt, alles buchen, aber ohne zu wissen, ob ich überhaupt schaffe, die Flächen bis dahin zu räumen. Das heißt, ich habe mir einen wahnsinnigen Druck aufgebaut. Sie haben es geschafft. Eine Wahnsinnsarbeit, nicht nur das Anpflanzen, sondern auch die Pflege der jungen Bestände. Neue Baumarten sind hinzugekommen. Denn der Wald muss in Zukunft noch ganz anderen Herausforderungen standhalten. Die neuesten Klimasthenagen sagen, Temperaturen bis ins Jahr 2050 hier in unserem Raum von 2 bis 4 Grad plus mehr voraus. Sollte das eintreffen, hätten wir die Klimadaten von Rom. Da kann sich jeder ausrechnen, was das bedeutet. Und das stellt auch mich vor Herausforderungen, denn ich muss den Wald bis dahin stabil machen und dann natürlich auch die Baumarten bringen, die dann zu dieser Zeit auch noch eine Chance haben. Der Rhein ist übergelaufen. Die Mosel auch. Am deutschen Eck treffen beide Flüsse aufeinander. Eine Katastrophe bahnt sich an. Tatsache ist, dass sich hier keiner vorbereiten konnte. Die Leute waren nicht in der Lage vorher rechtzeitig zu räumen, ihre Möbel hochzubocken. Und man hat natürlich auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass es ein solches Jahrhunderthochwasser mit 9,52 Meter dieses Jahr eingetragen überhaupt kommen würde. Große Teile der Stadt Koblenz stehen unter Wasser. Einen Tag vor Weihnachten 1993. Der Rechtsanwalt Eckhard Fischer wohnt im Koblenzer Stadtteil Neuendorf, den es am schlimmsten getroffen hat. Er vertritt viele Hochwasseropfer, ist Mitbegründer eines Vereins für Hochwasserhilfe. Als das Jahrhunderthochwasser kommt, bricht das Chaos aus. Die Rettungskräfte sind völlig unvorbereitet. Im hochwassererprobten Koblenz gibt es nur zwei Schlauchboote, um Menschen zu evakuieren, zu transportieren, zu versorgen. Sie sehen, wie eng das hier ist. Hier war kein Steg gestellt, hier konnte kein Boot reinfahren. Die Leute haben hier tagelang auf dem Trockenen gesessen, zumindest was die Verpflegung anging, sodass die dann mühsam herangeschafft werden musste. Ja, wenn sie sich da noch vorstellen, es fiel auch noch über Weihnachten der Strom aus und die Leute hatten kein Licht und konnten sich auch nicht mal mehr einen heißen Tee machen, wenn sie auf Strom angewiesen waren. Das war schon ziemlich furchtbar für die Menschen. Es ist die schlimmste Katastrophe in der Geschichte von Koblenz. Der höchste Wasserstand seit 1784. Viele Menschen sitzen in ihren Häusern fest. In dem Eimer steht noch ein weiterer Topf. Hör mal, schlapper nicht, dass du mir die Suppe über den Kopf machst. Ja, ja. Wir müssen an den Vorweihnachten an den Normweg. Später sind wenigstens fünf Schlauchboote im Einsatz, aber nur für Notfälle. Viele Neuendorfer feiern Heiligabend wie in Venedig, aber ohne Strom, ohne Heizung. Wetterlagenmäßig war es im Grunde genommen ein sehr, sehr regenreicher Dezember 1993. Der Schwarzwald hat viel Regen bekommen, die Mittelgebirge haben viel Regen bekommen. Dann gab es durch diese Tiefs auch immer wieder Warmluftvorstöße. Das führt dann zu Tauwetter. Das heißt, das Wasser des getauten Schnees kommt noch mit hinein in die Flüsse. Und dann hat der Rhein nun mal viele Nebenflüsse. Und dann ist ein ganz entscheidender Punkt das Zusammenlaufen der verschiedenen Scheitelwellen der Flüsse. An der Mosel stehen Dörfer und Städte schon einen Tag vorher unter Wasser. Und es ist nicht wirklich vorstellbar, aber es hätte Koblenz noch viel schlimmer treffen können. Wenn man sich jetzt vorstellt, acht Meter hier oben drüber war schon der Wasserspiegel. Wäre die Scheitelwelle von Rhein und Mosel gleichzeitig hier angekommen, die sich Gott sei Dank miteinander verpacken, gepasst haben, dann wären wir in einem Bereich von jenseits von elf Metern gewesen, was zum absoluten Worst Case geführt hätte, nämlich sogar dem Absaufen des Neuwiederbeckens. Länger als einen Tag hat es gedauert, bis die Bundeswehr anrückt. Viele Menschen haben stundenlang auf den Transport warten müssen. Bei Helfern und Geschädigten liegen die Nerven blank. Sie müssen das verstehen. Gehen Sie mal bitte auf die Seite. Wir müssen die Leute hauptsächlich evakuieren. Momentan haben wir so viele Demotwelle mit so wenigen Booten. Wir müssen die Leute hauptsächlich evakuieren. Ich muss auch heim. Ich springe mal dahin, aber ich bin beim Arzt gewesen. Sie gehen jetzt erst mal hier in die Schule rein. Da ist es wärmer. Da kriegen Sie auch was Warmes zu essen, was Warmes zu trinken. Und dann sehen wir weiter. Die Rettungskräfte konnten auch quasi nur reagieren und nicht agieren, waren nicht vorbereitet. Hinzu kam auch noch der unglückliche Umstand, dass die Pionierkaserne, die uns sonst hier immer geholfen hat mit ihren Booten, gerade mal umziehen war. Die waren alle nicht vorhanden. Also es war schon sehr, sehr schlimm. So schlimm, dass der Rheinland-Pfälzische Landtag reagieren muss. Das Weihnachtshochwasser 1993 führt zu einer engen Zusammenarbeit der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg und Frankreich. Am Oberrhein wird ein internationales Hochwasserschutzprogramm eingeleitet. Es entstehen Polder und Rückhalteflächen, die bei Hochwasser geflutet werden können. Weil man einfach gesehen hat, das Schadenspotenzial bei großen Hochwasserereignissen ist so groß, dass es sich wirklich lohnt, auch Geld des Steuerzahlers in die Hand zu nehmen, um präventiv Wirkraum zu werden. Davon profitiert auch Neuendorf. Mobile Spundwände sollen den Koblenzer Stadtteil künftig vor Hochwasser schützen. Kommt die Hochwasserwarnung rechtzeitig, können die Wände von geschultem Personal schnell installiert werden. Anwalt Eckhard Fischer hat sich für den verbesserten Hochwasserschutz jahrelang eingesetzt. Offenbar hat sich das rentiert. Für uns natürlich am allerwichtigsten mit dem politischen Druck, der da auch entstanden ist, wegen der falschen beziehungsweise unterbliebenen Vorhersage hat man sehr, sehr viel Geld investiert, auch in das rheinland-pfälzische Frühwarnsystem für Hochwasser, sodass wir sagen können, heute werden wir rechtzeitig vorgewarnt. Es ist viel passiert seit dem Weihnachtshochwasser von Koblenz 1993. Aber trotz aller Bemühungen, einen absoluten Schutz vor solchen Hochwasserkatastrophen gibt es nicht. Eine Seegfröne am Bodensee bedeutet, dass der See komplett zufriert und in alle Richtungen passierbar ist. Ein höchst seltenes Ereignis. Im 20. Jahrhundert gibt es nur ein einziges Mal eine Seegfröne. Im Rekordwinter 1962-63. Wie kommt es zu einer solchen Seegfröne? Es ist schon wichtig, dass der Sommer schon kühl sein muss. Die Temperaturen dürfen nicht zu hoch kommen. Wir brauchen dann auch einen kalten Herbst, sodass alles schon Tendenz nach unten hat. Es braucht einen Winter mit möglichst nordöstlichem Wind, da kommt die Kälte her, der aber nicht zu stark sein darf, dass das Wasser dann immer in Unruhe gerät. Und es braucht auch möglichst viel Nebel, damit die Sonneneinstrahlung möglichst gedämpft ist. Und dann sind die Voraussetzungen gegeben. Und das fing eben im Winter 1962-63 so an, dass nachher am 6. Februar 1963 wirklich der See freigegeben wurde. Am Bodensee ist der bärlos. Überall sonst leiden die Menschen unter der Kälte. Überall dieses Flugzeug. Es fliegt noch heute. Am Steuerknüppel Reinhard Torbeke, Pilot. Sein Vater ist der Luftbildfotograf Franz Torbeke, der mit seinem Flugzeug und seinen Fotos bei der Seegfröne Geschichte macht. Ja, das ist dieselbe Maschine, mit der mein Vater am 9. Februar 1963 auf dem Bodensee vor Lindau auf dem Eis gelandet ist. Auf dem zugefrorenen See. Es war zum ersten Mal, dass ein Flugzeug auf dem Bodensee landete. Und das geschah genau vor den Hafenanlagen Lindaus. Und dann ist er weitergerollt in den großen Dampferhafen von Lindau, wo sonst die Schiffe reinfahren. Zugeschaut habe ich als Kind damals, war mein Geburtstag, vereint mit ein paar Familienangehörigen. Alle schauen und man selbst darf dabei sein, so nah dran an dem, was alle anschauen. Ich war irgendwie stolz immer. Schon am selben Tag hat er dann ein paar Rundflüge gemacht vom zugelassenen Eisflugplatz vor Lindau. Und dann gab es auch ein paar zusätzliche Rundflüge damit das Benzingeld wieder drin war vermutlich. Und nach ein paar Tagen schon wurde der Flugplatz verlegt nach Nonnenhorn. Ein richtiges Flugfeld dort entstanden hat, den Sprungturm in Nonnenhorn. Hat man als Kontrollturm umfunktioniert, mit Funkgerät bestückt und da saß der Flugleiter. Und zunehmend kamen Gäste dann an diesem Flugplatz. Reges Treibende. In der Dunkelkammer des Vaters. Fotoschätze aus der Zeit damals. Das Flugplatzauto, der alte VW vom Opa. Das war unser Flugplatzauto. Darin waren auch meine Postkarten, die ich aus meinem Bauchladen verkauft habe als Kind. Unten steht zur Erinnerung an das Eisjahr 63 Lindau 10. Februar. Am 9. Februar war die Landung vor Lindau. Also schon am Tag drauf ist dann diese Postkarte fotografiert worden. Verkäufer war ich als Kind. Umsatz war ich sehr daran interessiert, denn ich durfte meinen Erlös behalten. Ja, das war ja ganz spontan eine Landung von Vater an dieser See Mitte zwischen Rorschach Schweizer Ufer und Nonnenhorn am Bayerischen Ufer. Der See etwa zwölf Kilometer breit dort und da zwischen diesen Gemeinden herrscht der Regeraustausch. Zehntausende überqueren den Bodensee. Es gibt keine Grenzkontrollen mehr. Ausnahmezustand. Schweizer und Deutsche knüpfen freundschaftliche Beziehungen. Endlich vorbei die Zeit feindseliger Gefühle aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja hier was ein großes Ereignis am See war war natürlich die Prozession zwischen Hagenau und Münsterlingen in der Schweiz. 133 Jahre vor unserer See Gefriene damals war der See zuletzt zugefroren und da haben die Bürger aus Münsterlingen eine Johannesbüste in Hagenau in der Kirche abgestellt und diese Münsterlinger kamen jetzt zur jetzigen See früher nicht 63 auf die Hagenauer zu ihr müsst die Johannesbüste uns wieder bringen. Der Prozessionskern ist wohl hier zu erkennen die Menschen die von der Ufermauer runtersteigen dann hier sich auf den Weg in die Schweiz machen. Einbrauch aus dem 16. Jahrhundert Es ist das vierte Mal dass die Büste des heiligen Johannes das Ufer wechselt. Ein Fest der Verbrüderung. Der sibirische Winter 1963 war für viele Bodensee Anrainer eine unvergessliche Zeit. Höhepunkt hat er ausgekostet in jeder Hinsicht dass jeden Tag die Zeitung berichtete er gute Geschäfte zweifellos machte mit diesen Rundflügen und sein Name als Fotograf gut bekannt wurde was wichtig war für ihn er war einfach über vier Wochen nur mit dem Eis verbunden und dann war es irgendwann im März zu Ende aber es ist jeden Winter wieder aufgelebt es gab keinen Winter wo er nicht vom Eis erzählte und immer wieder auch die Hoffnung dies Jahr könnte es Segfröne werden Der Winter war unglaublich kalt in der Region haben wir normalerweise im Winter eine Mitteltemperatur von plus 1,9 Grad und hatten in dem Winter wohl minus 5,5 die Nächte dann wirklich tagelang und nächtelang minus 20 Grad erreicht und auch tagsüber nicht viel wärmer wurde als so minus 10 minus 5 bis minus 10 und irgendwann sagt sich auch so ein Bodensee erfriert dann mal zu Januar Januar auch die Mosel ist dann mal zugefroren die Schiffskapitäne vertreten sich gelangweilt die kalten Füße auf der Eisdecke denn ihre Frachter hängen tagelang fest Großeinsatz für den Eisbrecher Josef Langen das einzige Schiff dieser Art in Rheinland Pfalz und er war der Kapitän Gerhard Dumm erst ein Jahr vorher 1996 hat er das Schiff übernommen und steht gleich vor seiner größten Herausforderung hier an der Moselschleuse Koblenz Gerhard Dumm ist schon zwei Wochen im Mosel Eis unterwegs als der Notruf aus Koblenz kommt eine acht Kilometer lange Eisfläche hat sich losgerissen und dort die Schleuse verstopft Wenn Sie sich einmal vorstellen diese Breite die Sie jetzt hier sehen Volleis treibendem festen kompakten Eis dann können Sie sich vorstellen was dort für eine Wucht in dem Eis vorhanden war ein Ein kleinerer Eisbrecher der Reier versucht zunächst mit zwei Pontons die Eisplatten über das Stau wir zu schieben aber die Eismassen sind zu groß Die Franzosen haben Hilfe geschickt das Schubschiff St. Louis gerät aber schnell in Seenot treibt manövrierunfähig auf die Staustufe zu Der Reier hat ihm zweimal geholfen wieder herauszukommen und beim dritten Mal hat es ihn selbst erwischt und er wurde von dem Eisstrom etwa hier in diesem Bereich hierher an die Mauer gedrückt und das Vertragte war dass sich das Eis immer wieder neu geschichtet hat und den Reier im Endeffekt immer weiter aus dem Wasser gehoben hat sodass es er vielleicht gerade so hier mit der Maueroberfläche gleich war aber die Saalois die hatte es viel viel schlimmer erwischt die trieb genau vors Wehr Zwei Schiffe hilflos im Treibeis der Mosel eines davon nur zwei Meter vor dem Abgrund am Stau Wehr Die Wucht des Eises ist unterschätzt worden Aber warum dieses Risiko offenbar gibt es politischen Druck aus dem Nachbarland Die Franzosen mit ihren Hochöfen mit ihren Werken am Oberlauf der Mosel die hatten dem Vernehmen nach schon Hochöfen still gesetzt und warteten mit großer Spannung darauf dass die hier festliegenden Schiffe mit ihrer Fracht endlich nach Frankreich kommen Selbst die Bundeswehr hilft Schwere Bergepanzer sichern die beiden Schiffe mit Stahltrossen Die haben dann von dort drüben schwere Seile schwere Drähte auf den Saarlouis gebracht und ihn damit gesichert So war zunächst mal die erste Gefahr gebannt Zu diesem Zeitpunkt kämpft sich Gerhard Dom mit seinem Eisbrecher immer näher an die Moselschleuse Koblenz heran Die Seile mit der die Josef Langen das französische Schubboot von der Schleuse wegziehen soll legen Hubschrauber aus Wie die Verbindung mal hergestellt war ging das eigentlich ganz schnell Wir brauchten gar nicht allzu viel Kraft aufzuwenden um ihn von dort weg zu ziehen Trotzdem es ist der spannendste Moment in elf Jahren in denen Gerhard Dumm Kapitän auf dem Eisbrecher war Eine solche Situation hat er vorher nie üben können Das ist wie beim Fußballspiel Wenn ein Stürmer vor dem Tor steht darf er nicht überlegen sondern muss drauf hauen Und so haben wir es auch gemacht mit der Besatzung Wir haben es angepackt und es ist gelungen und es ist meiner Meinung nach gut gelungen Die Josef Langen ist noch heute im Dienst Der Eisbrecher 1960 gebaut ist in Wiesbaden stationiert und jederzeit bei einem Eisgang auf dem Rhein oder der Mosel einsetzbar Sein Bug mit dicken Stahlplatten macht das Schiff so besonders Und die messerscharfe Kante hatte schon Jahrzehnte vorher große Wirkung Winter 1963 Der Mittelrhein ist zugefroren Zum letzten Mal bis heute Für Schifffahrt und Wirtschaft eine Katastrophe Für Anwohner und Touristen eine Attraktion Die Josef Langen hat 1963 ihren ersten großen Einsatz Von der damaligen Besatzung lebt niemand mehr Aber Gerhard Dumm hat das Rheineis miterlebt Er arbeitet auf einem Erzfrachter der wie mehrere hundert andere Schiffe wegen des Eises fest liegt Die Josef Langen versucht vergeblich das Zufrieren des Rheins zu verhindern In den engen Kurven bilden sich bei langsamer Fließgeschwindigkeit ganz schnell dicke Eisschollen Besonders hier an der Loreley Wie man sagt im toten Wasser setzen sich die Eisschollen an stauen sich schieben sich übereinander und frieren sofort aufeinander fest so dass es eine feste kompakte Masse gibt und die ist innerhalb von Stunden wächst die so an dass ohne einen Eisbrecher hier innerhalb zugefroren ist Europas bedeutendste Binnenwasserstraße ist lahmgelegt aber jetzt kann der neue Eisbrecher zeigen was er kann wenn wirklich eine feste geschlossene Eisdecke ist so circa acht bis zehn Meter schiebt er aufs Eis und das wäre mit einer normalen Bugausstattung ganz anders wäre gar nicht möglich der würde sich festfahren und Ende und er schiebt sich hoch und dann bricht er schon durch seine Last bricht er schon Eis Tag und Nacht ist die Josef Langen im Einsatz und sie frisst sich immer tiefer ins Eis die Schollen werden mit einer seltsamen ruckelnden Bewegung des Schiffes gebrochen das technische Geheimnis ist im Bug versteckt zwei drei Meter große Stahlräder die sich in gegenläufiger Richtung drehen immer wieder rammt der Kapitän sein Schiff mit 1200 Pferdestärken Schub ins Eis erst im März 1963 nach fast zwei Monaten ist der Rhein wieder frei und bis bis heute nie wieder zugefroren ich sag ja ich sag niemals nie es gibt kein Eis mehr das kann in diesem Winter schon wieder passieren wer steckt da drin der Petrus der macht das wie er will ein ein schreckliches Hochwasser bringt der Frühsommer 2013 nach Baden-Württemberg Meteorologen sprechen von einem Ereignis das nur alle 50 Jahre vorkommt diese Wassermassen sind aber nicht nur für Flussanrainer eine Gefahr Wir sind in Oeschingen Brigitte Hahn und Thilo Jörke müssen miterleben wie ihr Haus und eine ganze Wohnsiedlung unbewohnbar werden Am Abend vor dem Erdrutsch so gegen 8 Uhr klingelte das Telefon und eine Nachbarin rief an und sagte sie würde jetzt mal vorsorglich das Auto wegfahren wir sollen uns mal keine Sorgen machen und dann habe ich einen Witz gerissen darüber was denn mit dem guten Auto wäre und dann sagten die mir dass den ganzen Mittag schon scheinbar Bäume am Hang krachen und dass man jetzt den Eindruck hätte da rutscht irgendwas In dem Moment klingelt an der Tür stehen zwei Feuerwehrleute da in voller Montur und sagen wir sollten doch für heute einpacken sagt zum Übernachten für den anderen Tag wir müssen hier das Haus verlassen das Gefühl das da war kann man gar nicht beschreiben das war so ein Ausnahmezustand dann ist man zurückgegangen die Feuerwehr blieb vor dem Haus stehen und wartete für diese viertel halbe Stunde die man brauchte zum Zusammenpacken und dann haben wir versucht uns so zu konzentrieren und das mitzunehmen was man wirklich braucht was man in dem Moment meint was wichtig ist und seither wohnen wir nicht mehr in diesem Haus 140.000 Tonnen Geröll wälzen sich zu Tal bedrohen die Landhaussiedlung und niemand weiß ob das womöglich ist der Anfang ist und der Hang die Siedlung völlig zerstört Es muss wahnsinnig viel Regen natürlich geben möglichst über mehrere Tage dass die Böden durchgefeuchtet sind es braucht natürlich die richtige Bodenzusammensetzung und die richtige Hangneigung richtig im Sinne des Hangrutsches viel Regen ist das Hauptthema und das hat es eben Ende Mai Anfang Juni 2013 gegeben in dieser Region wahrscheinlich um die 140 bis örtlich 200 Liter auf den Quadratmeter in fünf Tagen in Bayern gab es Orte mit über 400 404 in Aschau zum Beispiel das sind unglaubliche Mengen normal haben wir 80 bis 100 in so einem durchschnittlichen Monat Mai oder Juni im Süden Deutschland Eine gute Woche später ist das Ganze dann zum Sperrgebiet erklärt worden von der Stadt und damit war dann schon geklärt dass Zutritt nur noch in Ausnahmefällen möglich ist also wir waren ausgesperrt von unserem Zuhause wir haben dann beschlossen noch unser Haus leer zu räumen falls mehr passiert falls der Hang so stark rutscht dass das Haus kaputt geht haben ein Laster zur Verfügung gestellt bekommen von einem Freund und konnten da unsere ganzen Möbel und Sachen einräumen und damit war das Haus dann leer und wir waren weg das einstehendes Erlebnis eingeladen Kuchen wurde gebracht es gab jemand der angeboten hat dass er die Wäsche wäscht also alles was sonst ganz selbstverständlich ist und da einfach nicht mehr ging nach gründlichen geologischen Untersuchungen lässt die Landesregierung schließlich den Hang befestigen dann wurde dann wurde ein halbes Jahr der Hang saniert also mit Drainagen versehen um das Wasser tiefgründig abzuleiten und nachdem das geologische Landesamt dann den Bereich für sicher erklärt hatte wurde das Sperrgebiet auch wieder aufgehoben und erst dann konnte man ein gutes Jahr später konnten wir anfangen unser Haus wieder zu richten aber auch nach zwei Jahren ist die Familie Hahn-Jörke noch immer nicht wieder zurück in ihrem Haus am Anfang sah alles noch gar nicht so schlimm aus da ist eine Scheibe gerissen und Fliesen im Bad und dann ist eine ganze Hauswand abgeschert und auf dem Dach sind die Fürstziegel gerissen und dann wurden immer mehr Schäden sichtbar und es steigerte sich eigentlich ständig und es gab so gar keine Aussicht wann es aufhört das war schlimm das macht dich völlig völlig krank so was so zu sehen dann das wie die Fürstziegel die es abgeschert hat konnte man sich gar nicht vorstellen dann jeden jeden Raum den du angeschaut hast ist kaputt gegangen ich habe jetzt einen Halbraum gehabt dass ich ertrinke einfach ertrinke weg und das hängt für mich damit zusammen dass es hier uns über den Kopf wächst Weihnachten im Jahr 2015 wollen sie endlich wieder in ihrem Haus sein also ich merke jetzt so nach zwei Jahren jetzt ist wirklich die Kraft weg allmählich jetzt geht sie mir wirklich aus jetzt muss ich sie aber noch bewahren damit wir noch durch und fertig werden mit dem ganzen Haus aber also Verschleißerscheinungen sind eindeutig da aber direkt nach dem Rutsch war die Situation so außergewöhnlich dass man unglaubliche Energie da mobilisieren konnte da war ich auch immer erstaunt was da möglich ist was man da machen kann noch 10. Juni 2003 kurz vor 19 Uhr der Himmel über der Eifel wirkt zwar bedrohlich doch was dann passiert sprengt das Vorstellungsvermögen wenn das bis das der drüber weg war wenn das 30 Sekunden war eine Minute war es nicht der Tornado ist 120 Kilometer schnell was ihm im Weg steht hat keine Chance Werner Hilger hat miterlebt wie binnen Sekunden Dächer wegfliegen Häuser einstürzen Bäume umfallen er ist einer von 80 Einwohnern und Bürgermeister der kleinen Gemeinde Acht in der Eifel Hilgers Pferde haben offenbar gespürt dass etwas Außergewöhnliches passiert der Tierarzt ist da die waren halt dabei den Verband anzulegen und dann wurde das Pferd immer unruhiger und dann kam Wind da kam mehr Wind das Pferd wurde immer unruhiger und wie es dann sag ich mal der richtige Sturm kam das Pferd natürlich hat sich dann losgerissen ist dann hier rumgelaufen und die sind unter das Dach und dann muss dann im gleichen Moment war das Dach dann auch schon wieder komplett weg und das hat dann abgehoben komplett wie es ist und das ist dann bis nach Langenfeld geflogen 2 Kilometer 3 Kilometer hat es mitgenommen Kein Strom keine Telefonverbindung kein Handy Empfang Hilga hat die Helfer vom Nachbardorf aus alarmiert und die haben dann die Nacht fast alle Dächer wieder so weit geschlossen mit Folie dass die Häuser nicht durch den Regen und die ganz zerstört sind von innen her und das haben die alles nachts noch gemacht morgens war eigentlich jedes Dach dicht 27 Häuser beschädigt zwei Scheunen komplett zerstört der Tornado kommt ohne Vorwarnung und selbst wenn sie hätte nichts geholfen Louis Kretschmann der damals noch in Acht gewohnt hat ist Augenzeuge hat das zerstörerische Naturschauspiel miterlebt Ich hab's gesehen vom Fenster aus auf der anderen Seite wie es über diese kleine Mulde kam über den Berghügel so richtig schwarz wie so ein Keil wie so ein Trichter und dann konnte ich nichts mehr sehen aber ich hörte schon wie es klirrte überall und dann war es wie eine roten Stille so richtig so ein Getröhne aber nur ganz kurz und dann war das Ding dann weg Wie entsteht so ein Tornado? Im Prinzip brauchen wir drei Zutaten das eine ist feucht schwüle Luft in den unteren Schichten der Atmosphäre dann brauchen wir trocken kalte Luft oben drüber und dann brauchen wir etwas zweites eine Windscherung eine Veränderung der Windgeschwindigkeit und Windrichtung mit der Höhe und dann kann entstehen dass praktisch so eine Art Walze in der Höhe produziert wird diese Walze rotiert durch die Windscherung und diese Walze wenn sie dann also das muss man sich vorstellen wie ein Stift wie ein Stift der hier entlang rollt auf dem Tisch so rollt diese Walze und wenn diese Walze jetzt in den Aufwindschlauch einer Superzelle gerät dann wird sie aufgestellt und genau das ist letztendlich der Rüssel meines Tornados und dort entstehen wahnsinnig hohe Windgeschwindigkeiten der Luftdruck fällt und fällt und fällt und deswegen wie beim Pirouretten-Effekt wenn man sich auf den Stuhl setzt und dreht Drehimpuls erhalt und man zieht Beine und Arme ran dann wird man immer schneller der Luftdruck sinkt und sinkt und die Windgeschwindigkeit drumherum wird immer schneller und das ist am Ende wirklich die große Gefahr des Tornado-Rüssel Am Tag danach rücken die Einwohner des kleinen Eifeldorfes eng zusammen Manche hat es besonders hart getroffen andere nur ein paar Meter nebendran haben Glück bleiben von der Naturgewalt verschont Alle waren froh dass hier geholfen wurde jeder hat jedem geholfen das war schon klasse das muss man sagen das hat nie Streit jetzt will einer zuerst was haben oder so das war gar nicht da haben sie wirklich alle Hand in Hand gearbeitet Hilgers Frau will nach dem Tornado weitere Pferde von dieser Weide in den Stall holen dass ein Stromkabel gerissen war übersieht sie dann hat sie mir später erzählt kann ich gar nicht verstehen da wäre ein Kabel auf dem Boden gelegen hätte sie gar nicht gewusst wie sie da vorbeikommt das wäre hin und her wie eine Schlange und hätte funken ich sage wie kann sie denn da vorbeigehen da sind 20 kV drauf sind 20.000 solle drauf da hätte sie tot bleiben können man gar nicht verstanden was was da eigentlich hätte passieren können und er selbst hat auch Glück er hätte gerade in der Scheune sein können die er im Dorf angemietet hat und die ist halt komplett vom Sturm eingestürzt da waren nur noch die Grundmauern das natürlich in Gebäude aus massivem Stein einstürzt also das kann man sich eigentlich so nicht vorstellen es ist halt keine Mensch kein Tier zu Schaden gekommen wir haben alle Glück gehabt man hat immer das gefühl ja bei uns in deutschland tornados das kann es doch gar nicht geben oder wenn es einen gibt dann muss ich irgendwas ganz wahnsinnig verändert haben nein tornados gab es immer schon und zwar in einer beachtlichen zahl man kann mit fug und recht sagen so 30 bis 50 tornados haben wir bei uns jedes Jahr es gibt auch herausragende Jahre 2006 zum Beispiel gab es 121 bestätigte Fälle oder 2007 74 bestätigte Fälle also richtig viel ganz furchtbar wütet ein solcher Tornado am 10. Juli 1968 in Pforzheim viele Pforzheimer fühlen sich damals an die verheerenden Bombardements im zweiten Weltkrieg erinnert über 2000 stark beschädigte Häuser in nur drei Minuten und sie mittendrin das Ehepaar Wagner noch heute leben sie in dem Haus das damals den größten Schaden davon trägt Schlagartig ist der Sturm aufgekommen und hat gewisert aber wir hatten ganz Abend schon mitgerechnet dass irgendwas im Busch ist aber sowas hat wir nicht mitgerechnet weil kennt man ja bei uns gar nicht wir war schon im Bett und dann ist das Wetter immer duster geworden und dann sagt meine Frau du die Fische Oberhänge auf dem Dach die sollt abhängen sonst nimmt sie den Wind fort bin ich aufgestanden habe mich angezogen bin auf das Dach hoch habe die gemacht und bin raus und dann ist schon der erste Wind losgekommen also geballt richtig Sturm die Mebel also unser Dach Mebel das heißt Stil und Liegestil die hat schon an mir vorbei übers Bristung und ich hätte mich kaum auf den Fies halten können der Sturm hat das ganze Dach von der Werkstatt abgedeckt und es hat aufgeweht bis auf den Stock durch die Fenster durch die Fenster zusammengeschlagen und wie ich wieder zu den Tieren rein bin war kein Rippaus mit Frau Wagner erlebt diese schrecklichen Minuten in der Wohnung und dann stand ich am Fenster und sah wie der Maste geknickt ist aber richtig gehen der ist wirklich auf die Beide gerade so zusammen geklappt und dann kam der Aste vorn rein am Fenster und dann kamen die Fenster und dann habe ich mich fallen lassen und bin eine Bombe eingeschlagen war ja nichts da war gar nichts mehr ganz nichts mehr fertig aus jetzt fällt dann alles zusammen und mein Mann den sah ich nicht mehr und der hat wahrscheinlich gleich gedeckt Günther Wagner ist Kfz Mechaniker und leitet damals als Meister die Reparatur Werkstatt stolz ist er damals auf seinen modernen Betrieb der gerade ein halbes Jahr alt ist nach einer furchtbaren Nacht kommt er am nächsten Morgen in die Werkstatt um sich einen Überblick zu verschaffen der Anblick unbeschreiblich Ich bin beidseit runter sind Kollegen gekommen und dann haben wir das Ohr geguckt da sind wir zusammengestanden Entschuldigung das geht mir jetzt so wie es ausgesehen hat das hat man sich gar nicht vorstellen können das war grausam das war wie eine Bombe eingeschlagen das in Deutschland bei uns so was gibt also so einen Sturm mit so einem gewaltigen Schaden dass das das Dach abhebt und die Teile Meter hoch also zwischen 20 Meter hoch durch Luftfliege mir war dann natürlich glücklich dass das obends war wenn das tagsüber gewesen wäre solange man noch geschafft hätte könnte man gar nicht vorstellen was so passiert wäre wie durch ein Wunder sind in Pforzheim keine Menschen ums Leben gekommen das war ein richtig strammer Tornado es gibt diese Fujita Skala die teilt ein wie intensiv der gewesen ist es gibt also von F0 bis F5 F5 ist der stärkste und der Pforzheimer Tornado war ein F4 das heißt man kann sagen dass die Windgeschwindigkeit mindestens 330 Kilometer pro Stunde betragen hat Sommer 1976 wochenlang kein Tropfen Regen der Südwesten liegt trocken Trinkwassernot Achtung Achtung Die Verbandsgemeinden Verwaltung bittet Sie nochmals sehr herzlich und eindringlich äußerst spartner mit dem Trinkwasser umzugehen Wir verweisen auf die Polizeiverordnung vom 10. 6. 1976 wonach es verboten ist Trinkwasser zu anderen als lebensnotwendigen Zwecken zu verwenden Tropische Temperaturen Der Sommer 1976 bricht im Südwesten Rekorde Die Hitze wird zur Belastung für die Menschen und die Natur Der Rhein ist zum Rinnsaal geworden Bei Bingen nur noch 1,60m tief In Rheinland-Pfalz haben mehr als 200 Gemeinden nicht mehr genug Trinkwasser Bundeswehr Pioniere verlegen Wasser Pipelines zur Notversorgung Der heiße Sommer 76 Es fing so um die Wende an zum Sommer Beginn am 21. Juni kurz danach ging es los ewige Trockenheit bis Mitte Ende Juli 1976 praktisch kein Regen ist gefallen Ich kann mich selber gut erinnern Der Rhein Ich lebte damals im Rheinland mit meinen Eltern Der Rhein war förmlich ausgetrocknet Man konnte zu Fuß quasi rüber gehen Die Wettersituation war so von Trockenheit geprägt dass wir beispielsweise unsere Autos nicht mehr waschen durften Damals ja noch ein ganz übliches Gebaren heutzutage macht das keiner man geht in die Waschanlage aber damals wurde das schlicht und einfach verboten wegen der Trockenheit Besonders betroffen von der Trockenheit natürlich die Landwirtschaft Saftige Wiesen und Getreidefelder sind zu einer Steppenlandschaft geworden Am schlimmsten ist es in der Westpfalz wie hier in Reichenbach Stegen Günter Albrecht besitzt damals als junger Landwirt 20 Kühe steht vor einer schwierigen Situation seine Grasernte fällt gleich zweimal aus Getreidefelder sind völlig verkümmernd für viele Bauern in der Westpfalz ein Totalschaden Es war alles braun und das Getreide war 20 30 Zentimeter hoch normalerweise haben wir 60 80 Zentimeter hohe Getreidebestände es hat am Stroh gefehlt es hat am Futter gefehlt es war alles knapp auf Günter Albrechts Weiden gibt es ein kleines Moor hierher treibt er seine Kühe damit sie wenigstens etwas zu fressen haben auf unseren normalen Wiesen und Weiden ist kein Gras mehr gewachsen durch die Trockenheit und hier in den Feuchtgebieten ist immer noch was frisches Grünes nachgekommen fehlendes Wasser ist bei Günter Albrecht gar nicht mal das Hauptproblem er versorgt seine Rinder aus seiner eigenen Quelle viel schlimmer ist die Landwirte können ihre Tiere nicht mehr ernähren nur es Futter war zu knapp und deswegen mussten man teilweise dann Not schlachten weil nicht genügend Futter da war und alle Kühe die irgendwo nicht tragend waren wo man jetzt zum Beispiel mal so mit laufen lässt die wurden damals radikal geschlachtet nur was in der Produktion war und auch Nutze gebracht hat das auf dem Niveau hält die Schlachthäuser sind überfüllt die Schlachter schieben Überstunden und die Preise für Rindfleisch fallen in den Keller aber die Kosten für Kraftfutter steigen sprunghaft an wegen der Dürre kaufen die Westfälzer Bauern ihr Stroh in der Vorderpfalz sogar die Bundeswehr hilft beim Transport Es gab so Gemeinden da wurde dann so Partnerschaft gemacht die fuhren dann die Bauern hatten dort Verwandtschaft oder Bekannte dann fuhr das ganze Dorf in die Richtung Stroh holen und dieses Stroh das wir also von unseren Kollegen aus der Vorderpfalz in Rheinhessen bekamen war eigentlich die Rettung für die Westpfalz Günther Albrecht hat die Dürre gut überstanden seinen Rinderzucht Betrieb kontinuierlich erweitert trotzdem der heiße Sommer 1976 hat weitreichende Konsequenzen er forciert das Bauernsterben sagen wir mal für auslaufende Betriebe war das der Anlass aufzuhören so wie das immer mal wieder Probleme in der Landwirtschaft gibt wo die Betriebe sagen gut in zwei Jahren höre ich sowieso auf mache ich jetzt einen Schnitt und verkaufe das gab es 76 auch und in der Landwirtschaft beginnt ein Umdenken weg vom Sommergetreide hin zum Wintergetreide der Klimawandel hat begonnen ich erinnere mich auch selbst wunderbar dran wir mussten damals als kleine Knöpfe im Sachkundeunterricht in der dritten Klasse jeden Tag das Wetter aufschreiben und dann endete die Unterrichtsreihe und es gab ein wahnsinniges Sommergewitter bei uns in der Siedlung es kam zu Hagel und Blitz und dann schlug das in dem Stromhäuschen ein was unsere Siedlung versorgte auf einen Schlag war alles dunkel und für mich war das so ein eindrückliches Erlebnis dass ich für mich gesagt habe du musst später was mit Wetter machen und ich habe dann auch irgendwann mal gelernt wie man Meteorologe ausspricht und schreibt naja dann bin ich am Ende geworden und dann kommt das Jahr 2003 der Jahrhundertsommer bei den Winzern sollte er tiefe Spuren hinterlassen Frank Männle und Martin Beuerle von der Winzergenossenschaft Oberkirch können ein Lied davon singen im Juli beginnt in der Ortenau traditionell die Zeit des Gipfels die Triebe werden gekannt früher mühselige Handarbeit heute mit Maschinenunterstützung etwas leichter 2003 haben wir in dieser Anlage nur einmal gipfeln müssen dann ist das Wachstum nicht mehr weitergegangen aufgrund der Dürre letztes Jahr 2014 haben wir das viermal gemacht hier das Laub zu reduzieren ist Voraussetzung für eine gute Weinernte 2003 hatten wir hier auf dieser Fläche noch eine andere Sorte damals stand noch Riesling der Winzer hatte über Wochen hin immer wieder Wasser gefahren damit die Blätter nicht dürr auf den Boden gefallen sind nachher war trotzdem der Ertrag sehr gering schlechte Ernte eigentlich und so ging es vielen nicht nur die Erträge gehen zurück viele Pflanzen halten dem Hitzestress nicht stand eine gnadenlose Sonne trocknet alles aus viele Pflanzen Arten werden nachhaltig geschädigt eine weitere Dürre Katastrophe 2003 das war ein richtig heißer Sommer ein Jahrhundert Sommer zweifelsohne und den kann man wahrscheinlich vergleichen mit dem Jahr 1540 und daran merkt man schon das ist ganz schön lange her und eine Sache ist mir wichtig bei diesen Wettererscheinungen man denkt immer Hagel Sturm Gewitter seien die gefährlichsten Wettererscheinungen sind zweifellos sehr gefährlich wenn man da drin ist aber Hitze ist eigentlich die aller gefährlichste unser Kreislauf kommt mit diesem Hitzestau oft nicht klar gerade bei älteren Menschen ist das so und dann kommt es zu überraschend hohen Todesraten wahrscheinlich im Sommer 2003 in Deutschland und insbesondere in Frankreich 70.000 Menschen in der Summe ganz Europas und kein Sturm kann solche Schäden verursachen also Hitze ist eine sehr gefährliche Erscheinung letztendlich Im Weinberg ist Angst vor Trockenstress seitdem ein ständiger Begleiter Durch die Erfahrung des Dürresommers 2003 bekam man als Winzer den Eindruck dass es eigentlich ohne Tropfbewässerung an solchen steinigen heißen Stellen fast nicht mehr geht und haben viele in den Folgejahren wenn sie neu gepflanzt haben gleich eine Tropfbewässerung installiert und jetzt rückblickend muss man sagen seit 2007 haben wir eigentlich fast immer nur noch nasses Sommer bekommen mit starken Niederschlags Ereignissen und brauchten eigentlich diese Tropfbewässerung nur noch ganz selten Inzwischen haben die Winzer auch neue Sorten gepflanzt 2003 stand hier noch Riesling heute steht hier Syrah das wäre vor 2003 für uns undenkbar gewesen eine so sonnenhungrige Sorte bei uns zu pflanzen heute können wir nach zwölf Jahren sagen auch daraus können wir hier sehr gute Weine produzieren mehr Sonne und gleichzeitig mehr Feuchtigkeit so sahen die letzten Jahre aus warme Feuchtigkeit führt zu Pilzkrankheiten dagegen arbeitet diese Entblätterungsmaschine hier sieht man jetzt schon die Maschine schon entblättert das war in den 70er 80er Jahren kein größeres Thema diese Entblätterung aber mittlerweile weiß man wenn man diese Luft hier nicht schafft wenn die Trauben nicht gut abdrucken können dann wird man in vielen Jahren nicht mehr ernten können das heißt man muss mehr machen heute im Weinberg damit man gute Trauben erntet als es früher war mit dem Weinbau von vor 40 Jahren könnte man heute nicht mehr bestehen alle Anzeichen sprechen dafür der Klimawandel hat begonnen was wird er uns bringen es sind globale Veränderungen die unser Wetter bestimmen das Eis in der Arktis zieht sich durch unser Mitwirken stark zurück in der Höhe das Stark Windband was unser Wetter reguliert der sogenannte Jetstree lebt davon dass Temperaturunterschied gibt zwischen Äquator und Pol wenn der weniger wird weil der Pol sich stärker aufheizt dann wird auch der Jetstream schwächer also Hochs und Tiefs kommen kaum weiter wenn das hoch ewig lang an einer Stelle ist droht natürlich Dürregefahr Trockenheit Probleme für die Landwirtschaft wenn das tief ewig an einer Stelle ist droht natürlich Hochwasser Gefahr Starkregen alles quasi wie beim kaputten Rasensprenger an dieselbe Stelle gehauen das heißt das Potenzial dass sich das Unwetter Geschehen bei uns verstärkt und intensiviert das ist in Zukunft auf jeden Fall gegeben die Wetterkatastrophen sie werden uns weiterhin begleiten zu dann bis bis zu